Kompakt ist unser neues, modernes Anzeigenblatt fürs Wochenende. In Kompakt finden Sie die wichtigsten Infos für Freizeit, Familie und Unterhaltung. Eine Wohnung renoviert man alle fünf bis acht Jahre. Die Zeitungsgruppe Lahn-Dill hat sich fast 15 Jahre Zeit genommen, um eines ihrer Produkte zu renovieren. Ab dem 6. April 2014 wird aus dem Guten Sonntag Kompakt. Kompakt wird in einer Auflage von fast 160.000 Exemplaren im Pressehaus in Wetzlar gedruckt und immer sonntags von unseren Trägern an alle Haushalte in der Region zwischen Siegen, Limburg und Gießen verteilt. Kompakt wird die kleine Schwester der Tageszeitung. Und wir werden jede Woche sozusagen ein Best-of machen von Berichten, die junge Leser ansprechen oder die Familien ansprechen, Verbraucher ansprechen. Die Geschichten, die dort zu lesen sind, sind lokal. Das heißt, die jungen Leser erfahren einfach alles, was sie aus ihrer Umgebung brauchen. Wir wollen das im Sport machen. Wir wollen Veranstaltungen, Freizeit, Mitgestalten helfen und einfach einen guten Überblick geben über das, was Menschen in unserer Region erwartet. Kompakt wird in vier Ausgaben es ermöglichen, dass der lokale Handel sein Schaufenster füllt mit seinen Waren und Angeboten. Kompakt – ab dem 6. April in Ihrem Briefkasten. Kompakt – SALUTC IM W glad olması. Kompakt – Riesen – dieMarie im Auftrag. Kompakt – lil'erable interest in fuße. Kompakt – klub zu responsab play. Kompakt – klub zu einem Be gauche. Vielen Dank.